Lass mal zu Balenciaga gehen, lass mal zu Balenciaga. Warum ich denn? Bruder, du musst gekämpft werden. Sagst jeden Tag, lass mal zu Balenciaga. Monte, lass mal zu Balenciaga gehen. Was? Aber da hat er in so einer gewissen Sache schon recht, Rojo. Du weißt ja, wie schnell und wie krass sowas in die Richtung gehen kann. Und so ein Balenciaga und so sind halt auch Klamotten, die teuer sind. Also das bringt ja nichts. Ich feier dich mit Balenciaga und mit Kick. Bruder. Ja, weil du bist ein guter Mensch, Bruder. Ich distanziele mich von jedem hier im Discord, Digga. Du bist ein guter Mensch. Was denn, Bruder? Ich distanziele mich von jedem hier im Discord, Chad. Ist das verrückt. Ich sag's euch, Chad. Bruder. Ich geh jetzt die Fortnite-Lobby smaschen. Ist das so schlimm? Jella, kommt rein. Hey. Rojo. What? Guck mal jetzt. Er will das letzte Bild aus dem Ding zeigen. Du deinem direkt. Aus dem Chat. Nein, ey, hör mal auf. Doch. Hör mal auf, Sidney. Ich lieg auf. Nein, das ist doch nur ein lustiger Filter. Nein, nein, nein. Ich lieg auch. Ist doch nur ein lustiger Filter. Nein, hör auf damit. Ey, das ist doch lustig. Nein, nein, nein. Die Leute verstehen das falsch. Du wolltest, dass ich dir das schicke. Ach, ich nicht. Ich hab ja den Chatverlauf hier. Roat, hattest du jetzt mal diesen, äh, Cake-Angebot von 10 Millionen? Nee, doch nicht. Gestern war einer in meinem Chat, der hieß eddysteak.com, Bruder, und hat die ganze Zeit zappt gegiftet. Und hat mich nach einem Deal gefragt. Und wo ist der? Nicht mehr da, Bruder. Ich glaub, das war ein Faker. Hallo? Geht denn hier ab? Was ist das hier? Nix, wir haben gechillt miteinander. Kleine, die nix gemacht. Quizfragen. Quizfragen? Eldos, erstens, du siehst aus wie ein Schwanzkopf, damit wir das mal geklärt haben. Zweitens, du bist mal wieder der Einzige mit deinem verkackten Drecksfreund Mustafa, der mal wieder hier irgendwelche Sachen verschiebt und nach hinten schiebt und so eine Kacke. Erklärst du mir? Äh, egal, Jason, wir können machen, passt schon. Was, hast du keine Antwort von deinem Crush bekommen? Oder wieso bist du so gebrochen? Ich hab gerade 50 Subs aus seiner Tasche gezogen, das Stück Scheiße. Ich hab seit zwei Monaten herausgefordert, einen Quiz zu machen. Allgemein, das ist ein Quiz und ich hab gerade seinen Arsch gefickt. Ja, eins gegen eins gewinn ich gegen dich. Ach, ihr habt zwei gegen zwei gemacht, oder was? Nein, nein, drei. Zu dritt. Aber ich verstehe dich, älteres Bruder. Weißt du? Also, damit ihr es immer hier gecheckt habt. Roat, du bist nicht dabei, ne? Du hast mir abgesagt. Ja. Ich frage gleich in so einer halben Stunde. Okay. Mert kommt jetzt dafür rein. Ei, ei, ei. Ja, macht ihr zu zweit. Teams werden gelost. Aber... Welches denn? Eli und Mert haben sich zusammengetan. Ja. Das ist ja toll. Hä? Aber ich glaub, er ist doch erst gut in... Also, er ist gut in Games. In Velo ist er der beste von euch. In Velo ist er top. In Velo ist er top. Mert besser als Eli? Was machen wir denn? Oder Mert ist wirklich richtig gut in Velo. Ja, in Velo. Ja, in Fortnite weiß ich nicht. Fortnite kann er doch aim, oder? Fortnite kracht, glaub ich. Was gibt's noch? Was machen wir? Vollgeist. Eli, willst du fragen auch? Vollgeist zu sechs? Na, oder Pummel. Wir können auch, wir können Pummel. Guck mal. Ich habe Robin Bescheid gesagt. Fortnite Cup gibt's nicht. Wurde abgesagt. Okay, lol. Hat gesagt, immer geschrieben. Ich habe Robin Bescheid gesagt von Focus, dass er diese Quiz-Sachen machen soll. Du weißt doch, was wir immer bei Focus machen. Das ist cool. Das ist dann eine Kategorie. Ja, das ist geil. So Quiz-mäßig. Dann auf jeden Fall Fortnite, so Länge Überleben und Killdreel. Und Velo. Und wir können Pummel machen. Wie wäre es, wenn wir Dings, Party-Animates, ich habe es noch nie gespielt und Montag ist ein Cup. Ja, Party-Animates können wir auch machen. Ich habe kein Party-Animal. Ich habe kein Party. Bude, das ist 15 Euro. Nein, nein, Bruder. Bei mir stützt alles ab dann. Schnell. Es ging sogar bei mir, mein Internet. Aber, was macht man da für Modi zum Beispiel? Wir sind ja zu sechst. Na, zwei gegen zwei gegen zwei. Geht das? Ja. Das ist der Plan. Vollgeist für Party. Vollgeist für Party. Du musst eh Party-Animates trainieren. Du musst eh trainieren. Ja, ja. Aber nicht jetzt, Bruder. Ja, ja, ja. Eli, es geht hier aus. Mann, ich habe so eine Euro. Es geht sich. Hast du gerade 200 Euro wieder verloren? Du gewinnst jetzt wieder Geld, obwohl der mit dir das... Du bist halt der Wirt. Salamu alaikum, meine Damen und Herren. Aleikum salam, Merd. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's euch? Ja, auch gut. Merd, die reden hier schlecht über dich. Keiner will mit dir in einem Team sein, haben die gesagt. Echt? Warum? Gibt's Mario Kart oder was? Eli will mit dir in Team sein. Ich sag sogar, ich würde es nicht mal schlimm finden. Also die denken... Also ich sag jetzt mal hier, die Reihenfolge der Gaming-Dingster. Bin ich der Taumat oder was? Nein. Also wir spielen Pummel-Party, wir spielen Fortnite, Velo und diese Fragesachen. Und von mir aus Party-Animals. Velo? Wie machen wir Velo? Das ist nicht zu wenig. Nein. Nein, es ist nicht zu wenig. Es geht bis 23 Uhr oder so. Es passt. Außerdem gehe ich danach noch in Velo rein. Wir werden... Also ja, das passt. Da ist es ganz... Da ist ja mit mehreren Sachen gut. Musti ist natürlich... Natürlich nicht da. Wir können auch Minecraft Sachen suchen machen. Nein. Ja, Minecraft. Oh doch, das ist geil, Alter. Oh, das ist geil. Alter, das ist alles... Alles nein, oder? Weil du kein Minecraft kannst, weil du kein Pummel-Party kannst, weil du Party-Animals nicht hast. Bruder, was soll ich da machen? Sollen wir FIFA-Einhanders spielen? Nein, Bruder. Aber kurz. Wir können zum Beispiel... Pummel-Pastor. Pummel habe ich nichts gesagt dagegen. Aber wir können... Äh... Wir können ja Vollgas machen. Ich rede ja nur Party-Animals. Und das... Welches Spiel ist noch? Minecraft ist auch problematisch. Warum ist Minecraft problematisch? Du spielst seit einem Monat Minecraft. Ja. Wir sind ja alle gleich gut. Außer er. Oder er ist... Ich war mit ihm im Team. Er macht gar nichts. Er ist schlechst. Er ist der Spieler der Welt. Auf Volltime. Musti ist auch nicht tragbar. Ja, musst du es auch zum Beispiel nicht tragbar sein. Scheiße. Ja, aber Dias finden. Das ist ja wohl machbar. Dias finden? War last stark. Nein. Ist nicht machbar? Okay, wenn es euch gewusst ist. Ich habe nochmal Bock auf Minecraft. Barot ist OP. Also ich... Dias finden ist Glow. Stimmt ja. Ich sage Party-Animals. Party-Animals ist wirklich lustig. Willi, sei ehrlich. Party-Animals ist lustig. Ja, da sage ich ja nichts. Also Party-Animals ist wirklich lustig. Weil da ist... Er hat auch kein Skill, Digga. Dieses Game hat kein Skill. Das ist voll Zufall. Das ist... Ich sage... Das ist ein Server. Was ist Minecraft-Ding? Das ist Mario Party. Ja, können wir auch machen. Aber geht zu sechst? Ja, geht zu sechst. Aber hat jemand von euch Rechte auf diesem Server? Das kracht mit uns. Ja, Mann. Scheiß drauf. Ja. Da brauchst du wieder irgendeinen der Server-Rechte und die ganze Scheiße hat. Mhm. Okay, jeder darf zwei Sachen vorschlagen und dann wird abgestimmt. So. Ich fang mal an. Ich sage... Also ganz... Drinnen ist Vailu, ne? Wobei Vailu... Merz, ich will unsere Elo nicht verkacken. Ne, die anderen Akkord. Wie stellst du dir Vailu deinem vor? Es ist Kill-Duell. Es ist Kill-Duell. Dann ist doch eh kein... Achso, wer in der Runde die meisten Kills hat? Ja, und dann werden beide zusammengerechnet. Aber wir können zu sechst gestatten. Nein, nein, jeder... Jeder sucht... Ja, er hat recht. Oder jeder geht random rein. Was seid denn hier für Elos? Was bist denn du für eine Elo, Elos? Bruder, ich weiß nicht mal. Willi, bist du Silber? Heli? Ich... Ich... Ich zog Vailu bei einer Win-Challenge oder wenn... Oh, unranked. Unranked ist ein guter Call. Okay, gut. Jeder geht unranked. Ja, jeder sucht einen, der ist T-Ranked. Aber es ist halt random, ob du gute Gegner bekommst oder nicht. Ja, es ist immer random. Alles ist random. Ich gehe nicht mit meinem Team-Partner, sondern... Ich gehe zum Beispiel mit Elio und Mert und die anderen jeweils aus dem Team gehen auch zusammen. Immer zwei Dreier-Queues. Ah, ja, stark. Okay, guter Call. Okay, stark. Also Vailu eingeloggt, dann... Oha, Insta-Rainer locken dann, ne? Dann... So... Ich weiß doch, diese Formate. Es gibt mehrere Sachen, die da in drei kommen. Ey, was mit FIFA 2 gegen 2? Nein, das ist kompletter Quatsch. Ja, ja, lass los. Und, äh, ich sage, ähm, Party-Animals, Minecraft oder Hummel. Eins von den drei noch. Was waren die drei? Alle drei sind cool. Wiederhol nochmal, please, Jelly. Mach Party, wenn du Montag die Kapp hast. Aber Party geht sehr schnell rum, ne? Ja, da machen wir sechs Runden oder so. Mehrere Sachen. Ich bin für Party. Wir könnten Minecraft-Badwars machen, ne? Also, ich glaube, Minecraft ist lustig, weil wir alle... Badwars ist cool. Oder Bingo halt. Na, lieber suchen. Badwars ist cool. Aber das ist, glaube ich, noch mit uns. Jungs, ich sage, ich kann nicht zu lange. Ich schwöre, ich meine, ich bin behindert krank. Meinst du da Pummel? Acht nur auf Willi. Mit, dass wir nicht zu lang machen. Pummel, was macht ein Rort da, Digga? Fortnite. Ich habe eine neue Tastatur, ich trainiere gerade. Ja, aufsieht. Was mit Faulgeist? Nee, Faulgeist ist der Word. Ja, also, viele wollen Minecraft sehen. Das ist cool. Ich sage, Party, eine Mail zu Minecraft. Bei Party-Animates dauert nicht lang. Oder Party-Animates dauert fünf Minuten. Ja, das geht jetzt sehr schnell. Oh, Minecraft, Dings da. Okay. Was machen wir bei Minecraft? Badwars? Oder Bingo? Ich glaube, Bingo ist am einfachsten. Aber wie wird Bingo organisieren? Weißt du, wie wir auf diesen ganzen Fabo kommen? Kurz in Discord, stellt ein. Denk an Muzi und Eldos. Ja. Zwei komplette Würfe. Ehrlich, ich sage Real Talk. Oder Badwars ist mit das... Also ist das eigentlich... Was ist? Wir können auch dieses Runterspringen machen. Ey, Chat, ich kann nicht quitten. Also zum Beispiel Bingo, das geht ja auch eine Stunde. Lass das Runterspringen machen. Mario Party. Da hast du ja alles, oder? Ja, genau. Ich sage Mario Party ist das Beste, weil das sind Minispiele und geht schneller. Das ist alles möglich. Ich habe Mario Party nicht. Mario Party dauert auch eine halbe Stunde. Ja, ist okay, Bruder. Halbe Stunde. Hä? Was soll ich machen? Soll ich zehn Minuten mit mir einen Penis rumspielen, oder was? Ja, Jungs, aber lass mal starten. Ich kann nicht sagen. Ich bin ja krank. Guck dir Musti an. Guck dir Musti an. Was macht der denn, der Junge? Er ist der Wirt. Aber wenn Musti jetzt noch kommt, dann sind wir doch sieben. Dann brauchen wir doch acht. Robert macht nicht mit. Robert macht nicht mit. So. Lass so lange Teams machen, oder? Mh, naja. Ruf mal bitte Musti an. Ey, das macht einen guten Korb. Ich bestell mich kurz essen. Ich werde dann gleich reinwirken, wenn mein Essen da ist. Hallo. Ja, Bruder. Wie? Was machst du? Bruder, ist Velo drin, ne? Der Behindert. Hä? Bruder, ich kann das nicht. Ey, ist Velo drin im Spiel. Was machst du? Bruder, ich kann nicht Velo starten. Okay. Aber frag ihn. Also, ich muss irgendwas in Einstellung machen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Wo ist er? Wo bist du? Ich kann umkommen, aber ich kann kein Velo spielen. Ja, dann machen wir kein Velo. Ja, okay, gut. Sag ich mir bitte also erstmal einen Discord. Kannst du einen Discord kommen? Ja, ich komm jetzt. Das ist krass. Digga, er hat einfach Prozente wie sein PC. Digga. Hat dir gerade das Telefonat mitbekommen? Er hat einfach gesagt. Ich kann nicht. Ihr glaubt nicht wirklich, dass er muss dir was einstellen kann im Bios, oder, Chat? Nein. Hat er gesagt, er muss bei Bios was einstellen? Nein, er hat Prozente. Okay. Team? Ich mach Team, ich mach Team-Auslausung, also, warte mal. Ey, Heide. Also, Velo fällt raus, nur dass er es jetzt auf dem Schirm hat. Muss die gar nicht spielen. Aber ich fand das Gespräch, Bruder, der Typ, ne? Ich kann das mit ihm einfach nicht. Ähm, Eldos ladt die jetzt Party-Animates runter. Sofort. Ja? Geht schnell. Okay. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Mit dein E im Hintergrund, Digga. Ja, für meinen Armen. Du fängst auch mit Erem. Ja, aber du streamst seit vier Jahren damit, Digga. Das ist perfekt. Egal. Und mein Playboy-Button. Das ist dein Playboy-Button? Hast du schon 100k auf YouTube? Ja. Okay, gut, warte mal. Schluss, ich warte mal. Also, Musti. Musti, Merz, Eldos, Willi, Titz. Also, nur ganz kurz für mein Verständnis. Wir machen auch Auslosung der Spieler, was zuerst rankommt. Das ist, glaube ich, gespannter. Damit hier nichts... Und was spielen wir? 50 Subs, sage ich. Wie machen wir letztens an Ersten? 50 Subs? Beide an Ersten. Letzten beiden an Ersten. Damit man nicht schmutzig ist. Lass 50, 25 machen, oder? Okay. 50, 25. Der Letzte gibt dem Ersten 50. Aber halt, sagen wir, ich gewinne. Dann gibt uns Sydney das Letzte mit Willi. Dann gibt mir Sydney 50. Und Willi gibt dann Merz 50. Und die anderen beiden 25. Das wiederum. Bora, Bora, Bora. Ich gehe heute noch safe wiederum. Alles Gute, zum Geburtstag, Musti. Wie geht's dir? Äh, alter Mann? Wie habt ihr gewonnen? 23. Uuuuuhh, hast du ein Bug, Digga, das? Was du da? Du weißt, Freitag, ne? Ja. Freitag. Ich weiß. Okay. Ich kann kein Velo spielen, ne? Ja, scheiße, ist okay, passt. Also ganz kurz für mich nur die Spiele. Party Animals. Ähm, Fortnite mehr Kills. Fortnite länger überleben. Robin, Focus, Quizduell. Äh, und, äh, Minecraft. Minecraft, diese Party-Dings da. Ist mal Wort an. Reicht das von der Zeit her, ne? Oder sollen wir dann noch Pummel reinmachen am Ende? Ja, lass, mach halt einfach das Problem. Dein ist doch draußen. Dann lass Pummel rein. Ja, gut. Dann Pummel rein, wenn du raus. Party Eminent, Fortnite, Minecraft, Pummel Party. Ist drin. Okay, passt. Dann mach ich jetzt Teams-Auslosung. Fragen hast du ja auch noch. Fragen hast du ja noch. Ist ja, ja, Fragen ist ja drin. Okay, sind wir sieben? Wir sind sechs. Du kannst nicht gehen. Mutzi, Happy Birthday. Bruder, wer kommt heute? Wer kommt heute? Wer kommt heute? Ich war doch gerade, es ist ein bisschen zu spät. Ich weiß nur, du warst zu Arsch, was. Buck, Musti, Lan. Wo warst du? Musti, lad dir Party-Animals runter. Lad dir sofort Party-Animals runter. Dürfte ich sein. Schwarz, Schwarz. Was ist von draußen? Wo ist die? Wo spielt man das? Ja, wo spielt man das? Bei Steam. Lad dir bei Steam Party-Animals runter. Kostet zehn Euro oder so. Eldos, du auch. Eldos. Ja, ich mach. Ich hab dir doch gerade gesagt, du sollst runterladen. Ja, ich hab aber eine Frage. Wie viele Subs-Aufteilung machen? 50, 25. Oder lass machen, zweite Feinde raus. Nein, du kannst Subs nicht einlösen, dafür Carolina Reefab. Hast du eigentlich schon gegessen? Eldos. Ja, du hast, bei Eli hast du noch Bowling. Oder ich sag Stinkefisch. Stinkefisch oder Carolina, kannst du aussuchen. Oder 25. Oder 50 halt. Je nachdem. Stinkefisch, Fotschip. Erst Salzschip. Eli, 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 warte. Guck mal hin an. Hier, ich hab deinen Eli-Kopf noch. Ja, dann isst du den Eli-Kopf. Ey, er muss doch eh noch einen essen. Er muss den noch essen, Eli. Eli, er muss den noch essen. Nein, ich schwöre, er muss den noch essen. Ja, ich schwöre. Nein, oder nein? Doch. Hör mir mal zu, Eldos, okay? Dann musst du einfach dich mal anstrengen bei den Spielen und performen. Immer diese Filme und hast du nicht gesehen. Und sag, Ermin, er soll zwei Wochen nicht nerven, dann kannst du dich auch im 50-Subs mal mitspielen. Okay? Drei, sieben. Ja, okay. Und Eli Bowling. Nur Willi. Wenn du mit mir im Team bist, dann bezahle ich auch für dich. Okay, gut. Reicher Mann. Riesene, ey, sein Fortnite-Map hat 50k-Spieler. Außer du würdest so doll rein. Was? Reicher Mann. 15k-Spieler, der macht damit, der macht einen halben Mio im Monat oder nicht. 10k ist halber Mio. 10k ist halber Mio? Ja. Sind es immer 50.000, also ich dank jetzt, aber es ist ja nicht falsch. Aber ist das confirmed, Digger? Ich check das mit diesen... Das wird ja aufgeteilt und Steuern, Mapmaker kriegt das und das. Sehr schön, sehr schön, Sidney. Ich hab mich auseinandergesetzt, sowas. Eddie Belli, mach Teams. Okay. Okay, ich mach Teams, ja. Mert, hast du alles verstanden? Ich hab alles verstanden, alles gut. Hast du, Mert, heute ich Silber 3, du Gold 1, verstehst du? Silber 3, ich bin zufrieden, Digger. Ja, 1. Wir haben dann noch drei Wochen Zeit. Ja, aber hast du Matze geschrieben? Ja, hab ich. Ist er da? Haben wir noch nicht geantwortet. Ich will die Teams sehen von euch, Jungs. Ja, und Games rein Folge. Komm mal BÜ. Warte, ich mach Eli seinen Discord an. Ich mach an. Ja, mach DÖ. Kann ich? Ach, Digger. Okay. Teams werden, Teams werden, ich weiß nicht, wie das geht. Scheiß drauf, Scheiß drauf. Mach mal, mach mal. Ich geh full mir. Gura, er muss einfach nur zwei knacken. Achso, sagst du das, du? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, Eli, nein, 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 nein. Weißt du, was er gerade sagt? Wer nicht hat, hat so viel Glück. Der Gotti. Der Gotti. Der Gotti. Okay, ich gebe Mute. Mal gucken, wer gewonnen hat. Gewonnen. Einfach. Bitte Musti. Inschallah, Musti. Oh nein, noch lustiger ist Eldos. Nein, nein, glaub mir. Eldos, Eldos, Eldos. Ich bin nicht mal dabei, aber ich freue mich. Ja! Warum tanzt Eldos? Er freut sich einfach zu dumm. Ja, mit Eli. Mit meinem Chef, mit meinem Brat im Mund. Aber der Beste mit dem Schlechtesten ist doch gut, Bro. Wir hatten mal ein Spiel bei Pummel. Eli sagt zu Eldos, oben rechts, ich stehe oben rechts, kill mich nicht. Das Spiel beginnt und er killt Eli direkt als allererstes und hat verloren. Die zwei Legenden. Ich sage dir, wenn ich mit Musti in deinem Team bin, lass uns direkt zahlen, Musti. Dann ist das Ding jubelzahlt. Direkt einfach von... Chill doch ein bisschen. Chill doch ein bisschen. Oder bitte. Ich bin schlecht, aber du? Weil ich bin auch bald Goldteam. Ey, Musti hat... Musti, bist du gerade aufgestanden? Nö. Nein, Bruder, ich war draußen. Er war draußen. Er hat doch mit Jake. Nein. Das war's. Das war's. Mach weiter. Ich stehe gar nicht, Was? Weil du hier... Eldos, du kannst Fortnite, du kannst Pummelparty. Das ist nicht so schlecht. Ey, ich kann alles. Jelly Belly, mach dir keine Gedanken, wir gewinnen das. Ups, ich muss nochmal neu. Ich muss nochmal neu. Ich muss nochmal neu. Ich muss nochmal neu. Null ist drin. Ey, bitte nicht mit mehr. Bitte nicht mit mehr. Ich muss nochmal neu. Ich muss nochmal neu. Ach so. Ey, Spielen wir Fortnite? Ja. Digga, manchmal habe ich das Gefühl, niemand hört zu, ne? Willi? Okay, jetzt darf nicht Sid kommen. Das ist dasselbe. Jetzt darf nicht Sid kommen. Bruder, die sind immer in einem Team. Ich schwör's dir, das ist so krass. Diese beiden Schwänze sind immer in einem Team. Lightskin-Ship, bruh. Okay, mach ich gleich jetzt. Mert mit Muzi. Bitte Mert, bitte Mert. Ah nein, Bruder, da darf nicht Sid kommen, Mamba. Da darf nicht Sid kommen. Mert, Mert, Mert. Yes! Ja, Willi. Oh mein Gott, wir haben's schon noch gesagt. Wir haben's schon noch gesagt. Okay, Mert, Mert. Du kannst. Willi, ich sag nur eine Sache. Ich sag nur eine Sache, Willi. Oder was sind das für Dinge? Okay, mach lauter. Mach lauter, Mert! Ja, ja. Okay. Bruder, was sind das für Teams? Boah, sind die arme Mann, ja, da unten gerade? Nein, das ist gut. Ich sag dir ehrlich, muss ich's gut. Muss ich's gut in Spielen. Stimmt, stimmt. Er ist ein Wachstum. Okay, Edi, du musst Spiele machen. Edi, du musst Spiele machen. Ja, ich mach Spiele. Okay, ist ausgeglichen. Waller ist ausgeglichen. Das ist perfekt. Jetzt Velo rein. Jetzt Velo rein. Velo ist raus. Nein, ich kann nicht Velo. Aber Mert ist krank in Velo. Ich schwörste, ich glaube, Velo sogar könnte ich das einzige, was ich erst mache. Bruder, vorgestern habe ich mit Eldos gespielt. Eldos ist die schlechteste Jet, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das war krass. Aber wir spielen ja kein Velo. Ja, Top 5, ganz wie ein Jet. Also, es gibt Fortnite länger überleben. Es gibt Fortnite Kill Duell. Matt, kannst du Fortnite? Es gibt, was gibt's denn noch? Fragen von Robin kommt um 20 Uhr. Okay. Es gibt Pummel. Es gibt Party Animals. Mutsi, lad Party runter. Hast du Pummel, Mutsi? Nee, es kann kein Pummel. Mutsi, du bist Mute. Was gab's denn noch? Ich kann Pummel. Ey, warte, Party jetzt runterladen, oder? Ach, bitte, Jungs. Es gab auch... Nein, mach erst später, Eldos. Es ist besser, später. Es gab auch Minecraft Party, ne? Ja. Vielleicht kommt das Game gar nicht dran, mäßig. Lad einfach runter. Okay. Das hat 2 Gigabyte. So viel wie... 7? 7? Aber das geht schnell, Mann. Das war 2 Minuten. Das war 10 Minuten, nicht mal. Ich hab das getankt. Okay. Ich bin 5 Spiele, ne? Minecraft Party. Bitte, Jungs, ihr 2, ne? Ich kann euch nicht tanken. Party Animals. Ladet das jetzt einfach runter. Hab ich doch schon. Ich bin schon alles durch. So, wegen 20 Uhr. Wisse ist 20 Uhr, ja. Timeline. Okay, 6 Spiele. Okay, wir fangen an. Ist Edi Moderator? Ja, Edi ist Moderator. Nicht Minecraft. Bitte nicht Minecraft. Okay, wir brauchen sofort Fabo. Okay, stark. Minecraft ist gut. Ach, die Scheiße. Hab ich sogar Bock drauf. Wir fangen so gechillt an. Aber ganz kurz. Ganz kurz spielen meine Verständnis. Was machen wir jetzt bei Minecraft? Bingo oder Mario Party? Dieses Party-Ding, was wir früher mal gespielt haben. Okay, okay, ja. Aber mehr hat das was ganz anderes. Das war's jetzt gespielt, ne? Nee. Ja, aber das sind so, das sind einfach Minigames so. Ja, 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 ja. Warte mal, ich muss hier Cam ausmachen. Cam ausschalten. Muss man jetzt Cam machen, okay. Ey, bei mir ist alles abgestürzt. Wegen Internet. Ich check mal alles nichts, Digga. Was checkt ihr denn nicht, Bruder? Was checkt ihr denn nicht? Was ist eure Frage? Was spielt ihr jetzt? Minecraft, ich hab doch ganze Zeit erklärt, was wir machen. Ja, okay. Ich rede mit einer Wand, Digga. Okay, musst du nicht verbinden. Ich sag dir seit 15 Minuten, ladet euch Party-Animates runter. Habt ihr wahrscheinlich immer noch nicht eingegeben, oder? Ja, okay. Ja, okay. Ist so, brav. Mein Teammate hat seinen Stream ist offline gegangen. Der checkt ihn überhaupt nicht. Thomas, wir gehen doch jetzt den Dings da rein, Dabby. Ja, muss kurz. Ist Fabo online? Ja, Ely, alles. Nee, Fabo ist nicht on. Fabo ist nicht on. Ich hab geguckt. Er muss kurz. Ja, wir brauchen kurz jemanden. Rort kann das. Rort. Rort. Wo ist Rort? Ich hab eben auf dem Server nicht Dings. VIP-Rang. VIP-Rang. Irgendeiner wird uns das... ... auf dem Server, damit du eigene Lobby machen kannst, glaub ich. Also Minecraft, ja? Ja, mach schon mal Minecraft auf. Öffne ich jetzt Cors first? Ich glaub schon. Cursor, ja, genau. Ich ruf kurz Fabo an. Wenn nicht, mach vielleicht ein anderes Spiel, das Fabo, das, äh... Wenn alle damit... Ja, genau. Weil wenn... Wenn das jetzt länger dauert, ist ja kacke. Ja, warte. Ich ruf an. Hi, bist du zu Hause? Kannst du kurz zu Discord kommen und uns helfen? Wir müssen Party... ... äh... ... Minecraft Party... ... Mario Party spielen. Okay, okay. Jo. Okay, er kommt. Wurde schon. Was wurde schon? Nee, nee, nee. Ich hab grad nur eine Frage geantwortet. Hm. Und? Sollen wir spielen? Auch Verlierer-Team, die die Letzte werden, müssen ein Posting machen, was wir uns aussuchen dürfen? Aber Story, oder? Ja, Story. Ja, bin ich auch, aber... Finde ich gut. Aber halt nicht übertreiben. Ja, ja, so wie mit Melle. Schon scheiße. Also muss scheiße sein, so. So wie bei Musti mit Fenne, zum Beispiel. Oder, oder mit Melle auf Klo. Doch, das machst du. Ich mach nie... Ja, aber man kann... Du, wir können andere Sachen... Du kannst ja andere Sachen... Melle war lustig. Ja, Melle war lustig. Ich hab ja gerade ein Ei gebiegen lassen. Wo muss... Also jetzt in Minecraft rein? Oh fuck, wo ist denn da hin? Minecraft... Frag mal Eli, frag mal Eli. Ja. Ja, Eli, muss ich ja fragen. Ich muss ja starten, Bruder. Was muss ich starten? Jetzt sagt aber auch keiner. Hallo, Fabo. Musti, bitte, ganz kurz für dich. Du umsetzt deine Wurstfinger, okay? Und gehst auf Curse Forge und öffnest... Und öffne verfickte Minecraft. Aber... Bruder, welches Server? Erdo schreibt in meinen Chat, Eli, eine Minute lädt noch runter. Ja, das ist nicht mein Discord. Aber warum die beiden? Fabo, kannst du uns helfen, das einzustellen mit Mario Party? Ihr wollt nur zu sechs in eine Lobby, oder was? Ja, Mario Party. Das hat Basti immer mit uns gemacht. Was sollen wir öffnen? Das... 1.2... Das heißt, wir könnten genau das gleiche Fitna-Ding öffnen einfach. Okay. Also, 1.20.1. 4. 4. Einfach diese Fitna-Craft-Dings statt. Ja, ja. Achso, Fitna-Craft, ja. Boah, toll. Sollte eigentlich gehen. Äh... Oh, ich glaube, Lobbys machen kann, aber ich glaube, ja. Vielen. Er fetzt mich. Was sucht da? Einfach... Einfach unser Bief, was? Ey, Jungs, wer geht von... Äh, geht noch einer auf Breitie seinen Geburtstag? Wie? Kann der, der nicht. Feiert der heute? Ja. Allianz. Allianz. Lübeck, Lübeck. Mit Musti, Allianz. Nice. Okay. Okay. Äh, habt ihr die IP? Nee. Du musst uns jetzt... Wo ist der eigentlich schon meine Camp, Digger? Ich schreibe euch die in den Discord, weil wenn ich euch die buchstabiere, dann kippt ihr um. Okay. Hallo? Ey, Benutzernamen ist der Pfotter, ich verfülle jetzt auf einmal von mir, ja? Hört man mich? Ja, man hört sich. Moin, Ellie. Okay, gut. Playboy. Ja. Ja. Also. Aber guck bitte, guck bitte, mein Stream, soll ich auf Mike, auf dieses... Auf was soll ich raun? Rein. Achso, warte, warte, warte. Kann einer schlafen? Du musst aktualisieren, Ellie. Geh auf... Nee. Nee, du musst auf Server hinzufügen. Server hinzufügen. Okay. Jetzt unten, ja. Kann einer schlafen. Und dann gibt es da die IP ein, die im Discord steht. Seidhoxim.de. Bei privater Chat? Ja. Okay. Kannst du zeigen, wie es hier ist. Okay, ab. Ab. Und jetzt? Ja, und jetzt drauf, dann lade ich euch alle in eine Party ein. Ich erstelle die Lobby. Dann gehen wir rein und ich quitte dann. Okay. Dieser Server erfordert die Verwendung eines benutzerdefinierten Ressource-Packets. Einfach ja drücken. Warte, 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 warte. Was passiert hier? Ich verstehe immer bei... Ich verstehe nicht, was alles bei Musti so abgeht. Gib Benching. Ja, ich geb dir ein Benching. Ja, hier ist ein Esel. Esel von Eli Giallo. Den habe ich letztes Jahr gemacht. Den Esel. Ich komme da nicht rein. Nimm mal die Partyeinladung ein, Edi. Ja, doch jetzt. Wie geht das? Was muss ich drücken? Den Chat kannst du, glaube ich, auch annehmen drücken. Wenn du den Chat aufmachst mit Tee und dann mit der Maus. Ja, super. Du hast keine Partyeinladung von Fabo erhalten oder dieses abgelaufen. Machen wir nochmal? Du hast es schon angenommen, du bist drin. Ach, ich bin drinne? Ich bin nicht drinne, Fabo. Da steht Bann. Irgendwas. Bann. Bist du gebannt vom Server da, oder was? Bitte, denn zahle alle Mods. Esel, was hast du gestartet? Dieses Fitna-Craft-Ding. Ja. Du hast gesagt, Fitna-Craft-Ding starten. Was hast du gestartet, Musti? Ich habe auch unsere Dings, das Server. Aber ich glaube, Musti hat keine Rang, deswegen darfst du nicht mit Mods spielen. Wie, kein Rang? Wie mit Mods? Ja, weil ihr habt alle VIP-Rang und Musti wahrscheinlich nicht. Wir haben VIP-Rang? Warum bin ich nicht VIP? Immer Arm, kein Bändchen. Ich werde auch aus dem Server gekickt einfach. Immer auf Transfläche oder Megafläche. Bitte deinstalliere alle Mods, welche die Spielverhältnisse ändern. Mehr hat auch kein VIP. Auch kein Blower. Auch beide Arme, Mann. Ich kann kurz gucken, ob ich den Server-Admin irgendwie auf Discord erwische. Immer Arm, Bruder. Wir können immer nicht VIP-Portrait machen. Bruder, Musti, wir klären doch. Wir klären doch, Musti. Ja, zur Not, ihr könnt auch... Ah, warte, ich glaube, ich habe... Pass, pass, pass. Gib VIP. Gib Bändchen. Gib Bändchen. Gib Schnell. Gib Schnell, Muschi. Wir müssen anderen auch geben. Ey, doch, bitte komm rein. Also, mein Gewürzfaden ist wirklich... Musi, wie heißt du mein Spiel? Ich muss die 19. Digga, Edi, das habe ich gesagt. Das tankt am meisten Kraft. Ja, aber es ist auch immer mit den beiden, Bruder. Es ist gar nicht beide schuld. Du heißt Mert Abimula, ne? 1907 am Ende. Mula-Ga. Habe ich bekommen, dann? Mula-Ga. Na, Mula-Ga. Äh, du hast Band, Musti, du hast Band. Okay, jetzt komme ich nicht rein. Wallabilla, ich werde wieder rausgekauft. Okay, ich sehe jetzt diese Server. Fabo. Nee, ich muss raus. Warum hat Edi nicht? Ey, Dush, du bist nicht mal online. Äh, doch jetzt, Bruder. Es hat alles gebockt. Ähm, geht's immer noch nicht, Musti, oder was? Warte mal, die machen das kurz. Die machen das gleich. Was muss ich machen? Chat, drück T und dann annehmen. Okay. Du bekommst von mir das Serverbändchen. Okay, iChat, ich bin raus. Äh, ich gehe zu Breitenberg, seinen Geburtstag. Wir haben trotzdem, äh, viereinhalb Stunden gestreamt. Breitenberg hat Geburtstag heute, Chat. Äh, ich spiele nicht mit. Ich gehe zu Breitenberg, seinen Geburtstag. Ja, später sind wir live um 0 Uhr bei Breitenberg. Der war auch bei mir bei meinem Geburtstag hier da. Und, yes, ich fahre da jetzt hin. Äh, yes, your stream maybe? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Aber ich glaube eher nicht, wir gehen bei, äh, Breitenberg live. Danke euch für den Stream. Äh, ich schreibe drüber zu Eldon, Meldon. Nimmt alle im Raid-Teil. Und schreibt in den Chat L und dann DOS. Ein dickes L und dann ein DOS dahinter. Eid. Äh. Haut rein, Freunde. Äh, maybe mache ich einen Vlog. Und, yes. Yes, yes. Danke euch für den Stream. www.stream gewesen. Okay. Viel Spaß bei denen. Danke fürs Einschalten. Eid. Haut rein, Freunde. War sehr, sehr geil. Ja. Ey, brauchst du den Geschick? Das ist ein Muszi, bin ich mute? Äh, privater Chat. Nein, Mann. Ich bin noch drin, denn wohin soll ich? Mein Team...